Dann frage ich dich noch, was muss die Politik tun, damit kein Kind zurückbleibt und schlicht heute Inklusion kommt? Ich habe ja jetzt gerade mein Hochschulforum gehabt. Wie werden Kinder in der Hochschule des 21. Jahrhunderts lernen? Also Kinder und Jugendliche werden im 21. Jahrhundert in guten Schulen ganz, ganz anders lernen müssen als heute. Sie müssen radikal individuell gefördert werden. Und ich muss sehr kreativ in diesen neuen Schulen zugehen und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir die Lehrerinnen und Lehrerausbildung radikal umbauen, mit mehr Praxisbezug, mit mehr diagnostischen Kompetenzen, dass sie diese Faszination und Begeisterung für den Lehrerberuf dann auch in die Schulklassen und in die Lerngruppen hineintragen können, auch wirklich Lernpartner und Berater der Schülerinnen und Schüler werden. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel, den wir auch weiter diskutieren und vor allem umsetzen müssen. Und was muss die Politik tun, damit kein Kind zurückbleibt? Das Entscheidende ist, dass endlich kein Kind mehr zurückgelassen wird. Unser Bildungssystem ist so extrem sozialselektiv, dass man schon fast von einem Kastensystem sprechen kann. Ich finde das wirklich skandalös, dass wir 20 Prozent eines Altersjahrganges auf dem Bildungsniveau eines Gehtplästers entlassen und dass 8 bis, circa 7 bis 8 Prozent der Schülerinnen und Kinder jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. Das heißt, man muss erst mal... Ich fange einfach nochmal rein.